Rote Rosen, dieses Paar verbringt eine letzte Nacht miteinander und trennt sich. Lüneburg, da steht eine Krise bevor. Im Gegensatz zu Ellen, Jungwang. 29, will David, Arne Rudolf, 31, noch nicht heiraten. Wie die Wochenvorschau der ARD-Telenovela Rote Rosen zeigt, ist es wenig verwunderlich, dass Ellen nach dieser Aussage ein wenig gekränkt ist. Immerhin kann sie sich aber mit einer gemeinsamen Zukunft in Dublin anfreunden. Doch da spielt David nicht mit. Gibt sich zwar Mühe, ihre Vorfreude zu teilen, muss aber einsehen, dass er gar nicht nach Irland will. Merle, Anja Franke, 56, stellt ihren Mitgliedsantrag bei den Konkreten und freut sich darauf, mit Heikio, Sebastian Herrmann, 44, politisch etwas bewegen zu können. Doch die beiden verbindet noch mehr, es kommt zur Affäre. Bis Thomas, Gary Hangbauer, 60, sich einschaltet und Merle über Heikios zweifelhaften Ruf als manipulativer Opportunist aufklärt. Tatjana, Judith Serbrock, 48, fühlt sich von Mona, Jana Hora-Gosmann, 53, nach deren Spontankauf der Bremer Manufaktur im Stich gelassen. Doch dann begreift sie, Mona will die Lünewerkerinnen gar nicht aufgeben, sondern die neue Firma von Lüneburg ausleiten. Hendrik, Jerry Quarting, 45, spielt den Motivator und schafft es, seinen Patienten Rudi, Rasmus innen. 7, davon zu überzeugen, seinen Traum vom Rollstuhlsketen nicht aufzugeben. Einzige Bedingung, Hendrik muss beim Training dabei sein. Doch das ist bei seinen Dienstplänen nicht einfach. Zwischen Britta und Hendrik kommt es zum Kuss Rudi wird von seinem Traum. Ein Skate-Video für einen Wettbewerb zu drehen, von Hendrik unterstützt. Schafft es nicht, eine schwierige Rampe zu nehmen. Britta, Jelena Mitschke, 43, schafft es aber, Rudi neues Selbstbewusstsein einzuimpfen. Und siehe da, Rudi schafft das, was niemand vermuten konnte. Im Gefühl der Begeisterung kommt es zwischen dem Ex-Paar Hendrik und Britta zum Kuss. Ellen ist fassungslos, dass David nicht mit ihr nach Dublin gehen will. Sie verbringen noch eine letzte gemeinsame Nacht miteinander, ehe sie sich traurig, aber im guten trennen. Jens, Martin Loding, 50, und Mona sind immer noch auf der Suche nach einer Hochzeitslocation. Nun werden sie auch von Tatjana unter Druck gesetzt. Doch alles gestaltet sich schwieriger als gedacht. Bis sie schließlich doch den perfekten Ort finden. Merle ist nach ihrem Einstieg in die Politik hin und weg. Die Partei will sie nicht aufnehmen. Doch es folgt der Rückschlag. In ihrer Verzweiflung sucht sie Unterstützung bei Heikio, doch der lässt Merle links liegen, die nun allein dasteht. Dörte trifft im Krankenhaus auf ihre Tochter Anke. Ist sie es wirklich? Jens ist der Meinung, seine Schwester Anke, Anne Brentler, 49, in Lüneburg gesehen zu haben. Dörte, Edelgard Hansen, 66, schreibt daraufhin eine Mail an ihre Tochter, doch die will keinen Kontakt. Anke trifft aber Michi, Oliver Clemens, 48, der seine Schwester Katrin, Nicole Ernst, 49, betreut, die seit sieben Jahren im Koma liegt. Eben hat er sie mit Hoffnung auf eine neue Behandlungsmethode ins Krankenhaus gebracht. Wohl Anke die beste Freundin von Katrin ist, glaubt sie nicht mehr an eine Heilung. Michi hingegen hofft auf eine OP durch Hendrik. Einem Besuch im Krankenhaus kommt es zu einem unverhofften Treffen zwischen Anke und ihrer Mutter Dörte. Der spontane Kuss von Britta und Hendrik hat Folgen. Rudis Helmkamera hat den intimen Moment gefilmt. Beiden wird klar, nachdem der Junge ihnen das Video geschickt hatte, dass sie trotz ihrer Streitereien immer noch zusammengehören. Mona und Jens heiraten auf dem Gutflickenschild und sind freuen sich darüber. Die Würfel sind gefallen. Mona übernimmt die Manufaktur Gröning und muss gleich den Chef spielen. Auf dem Konto von Ben, Michael Meziani, 53, Tina Katja Frenzelröhl, 47, tauchen plötzlich 10.000 Euro auf. Doch woher kommt das ganze Geld? Damit sie unter caolen heilen. Das Älterkuss das so hintsit und muss nachdenklichen. Und wenn sieβαst. 部lonassing davon. Was medierst du angefangen? Mal schauen? Ich werde die Beinahe�를 vom Seg今年 einschalten. Hast du gut? this kann 6 Miller mit. Dies betr ridge davon.